Bei der MTU Aero Engines in München ist das Pure Power PW1524G auf den Prüfstand gekommen. Auf dem großen Entwicklungsteststand wurden die Stresstests durchgeführt, die für die Zulassung zwingend vorgeschrieben sind. Der Antrieb der Bombardier C-Series wurde verkabelt und mit Sensoren und Messinstrumenten versehen. Höchste Präzision war gefragt. Fast 1000 Messstellen wurden an dem Telemetrieläufer angebracht. Ermittelt wurden die Schaufelschwingungen in der Niederdruckturbine, die Spalthaltung in der Turbine sowie die thermodynamische Auslegung, um Vorhersagen bezüglich des Treibstoffverbrauchs machen zu können. Die Prüfläufe waren eine Premiere, denn erstmals wurde die MTU bereits in der Validierungsphase eines Triebwerks mit eigenen Prüfläufen eingebunden. Dr.?, Dr. 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 Vielen Dank.